Tag auch. Das soll eine Videoantwort werden für den Jörg vom Kanal Joe Urb zu seinem 200 Abonnenten GWW und er hat sich gewünscht, dass wir ihm unser EDC Zeug so zeigen. Ein EDC Zeug Everyday Carry habe ich nicht. Ich kann euch aber mal zeigen, was so in meinen Taschen rumfliegt, was sich aber auch immer ändert. Ich habe nicht immer das gleiche in den Taschen. Arbeit und Privat ändert sich bei mir sowieso grundsätzlich. Arbeitstechnisch kann ich euch mal eben kurz reinhalten, was ich dabei habe, wenn ich arbeiten gehe, was auf jeden Fall dazugehört. Das ist mein iPhone 6 Plus. Und was ich am Messer dabei habe, ist ein Victorinox Cyber Tool Light und ein Victorinox Spirit. Die habe ich auf jeden Fall immer dabei, wenn ich arbeiten gehe. Und das Firmentelefon. Und das war es dann, was von Wichtigkeit ist oder von Interesse, was ich dabei habe, wenn ich arbeiten gehe. Ja, dann kommen wir zu meinen privaten Klamotten. Natürlich habe ich ein Portemonnaie bei mir. Das ist dieses kleine Lederportemonnaie. Geldbörse, Kleingeldbörse und Kartenfächer. Eine von Porsche Design. Eine habe ich jetzt auch schon länger. Eine sehr hochwertige Ledergeldbörse. Gefällt mir sehr gut. Wird mich auch noch eine längere Zeit begleiten. Ihr seht ja, ist ja noch wunderbar. Ja, Haustürschlüssel. Die Haustürschlüssel, wie gesagt, nichts besonderes. Dann habe ich immer ein Vick oder einen Wenger am Schlüsselbund. Hier haben wir jetzt einen Wenger mit Holzgriffschalen und an Klingen haben wir hier wieder Klassik SD, Schere, Messer und eine Nagelfeile. Ja, äh, werde ich gleich aber ersetzen. Wenn ich gleich rausgehe, legen ein, äh, Minischamp in der Alox-Variante. Äh, warum ich das ersetzen, heute ersetze, das kann ich euch nachher noch sagen. Autoschlüssel. Ihr seht, ich fahre ein Peugeot. Hat auch einen Schlüsselanhänger. Und, äh, Handy-technisch ein iPhone. 6 Plus. Also noch nichts berufsartig besonderes. Äh, als Uhr trage ich, äh, entweder meine Tagheuer Kirium-Automatik-Chronometer. Die habe ich auch immer auf der Arbeit um. Und ich trage die auch meistens privat. Äh, zur Zeit, wenn es etwas schicker werden soll, wie heute. Ach, komm. Ach, komm. Trage ich meine... Mido... Kommanda... Auch ein Chronometer. Ich habe zwar noch mehr Uhren, auch hochwertige Uhren, aber die trage ich zur Zeit so gut wie gar nicht. Das sind praktisch, äh, meine zwei Hauptuhren. Na, gucken, wie wir sie hier hinlegen. So. Ja, äh, äh, eine Lesebrille muss auch immer mit. Man wird älter. Und, äh, äh, wenn ich eine Taschenlampe mitnehme, was ich aber auch nicht, äh, immer tue, eher selten, ist entweder die S2 Barton von Olight, die normale. Oder aber die S2 Barton Kupfer. Die habe ich relativ neu. Und, äh, ja, wenn schicker sein soll und ich eine Taschenlampe, meine, zu brauchen, dann nehme ich die mit. So. Und, äh, als Taschenmesher, äh, 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 als Messer nehme ich hier mein Spyderco Sousat Flipper. Mit, äh, Cuscadi Griffschale mit. Das habe ich schon länger. Und, aber zur Zeit trage ich das tatsächlich wieder hauptsächlich mit mir rum. Äh, ja, ist eben ein tolles Messer. Und hat auch die richtige Größe für den alltäglichen Aufgaben für die Hosentasche. So. Das ist zur Zeit mein Hauptmesser. Äh, das wird aber demnächst, äh, ersetzt, äh, weil ich gerade neu ein Spyderco Bradley 2 habe. Was ich noch ein bisschen testen muss. Deswegen wird mich die nächste Zeit, äh, das hier häufiger begleiten. Aber im Prinzip ist eigentlich das gerade mein Hauptmesser. Hauptmesser. Klar. Wir haben alle ganz viele Messer und deswegen begleiten uns auch, äh, immer wieder andere Messer. Ich bin Raucher und deswegen habe ich auch immer eine Schachtel Zigaretten bei mir. Und natürlich ein Feuerzeug. Das hier, äh, begleitet mich hauptsächlich in meiner Freizeit. Ein Zippo. Das ist eine Limited Edition. Ja. Von tausend Stück weltweit. Ja, das begleitet mich, äh, in meiner Freizeit hauptsächlich. Ja, das, äh, ist es fast auch schon gewesen. Außer, dass ich, äh, in meiner Freizeit zu der Jahreszeit meistens eine Sonnenbrille dabei habe. Äh, es ist meistens eine Ray-Ban. Nicht diese. Ich habe da auch mehrere. Aber, äh, die hier zum Beispiel ist auch, äh, viel zum Autofahren dabei. Ja. Das ist es schon gewesen. Mehr kann ich euch, äh, dazu nicht sagen. Äh, außer jetzt nochmal zu EOX Kanal. Ja, äh, ich bin relativ neu auf dem Kanal. Aber ich habe mir jetzt schon so einige Videos angeguckt. Äh, Pocket Dumps, äh, macht er ja, macht er ja sehr viele. Und auch sehr gerne. Und, äh, das gefällt mir eigentlich immer alles gut, was er dabei sich hat. Und er hat vor allen Dingen ein paar richtig coole, äh, Stachel am Start. Von daher, äh, lohnt sich das, äh, auf jeden Fall bei ihm reinzuschauen. Ist schon, äh, recht interessant, was für tolle Messer er bei sich hat. Ja, das war's dann schon. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Bist bei uns wenn, kommt, die Gerähte machtiamma ab, entgewinnen. Bis zum nächsten Mal.